Mietschulden, Trennung, Arbeitslosigkeit, alles ist zu viel. Und am Ende droht auch noch die Straße. Wohnungsnot. Heutzutage und besonders in Berlin gilt, es kann wirklich jeden treffen. Warten Sie nicht ab, bis alles zu spät ist. Die A-Z-Hilfen Berlin GGMBH ist eine gemeinnützige Gesellschaft. Wir engagieren uns seit 2006 in der Wohnungslosenhilfe und unterstützen Menschen, die in Not geraten sind. Besonders bei Mietschulden, akuter Wohnungslosigkeit und anderen sozialen Schwierigkeiten bieten wir engagierte und tatkräftige Hilfe an. Wir haben langjährige Erfahrung darin, auch in scheinbar ausweglosen Situationen einen neuen Weg zu finden. Auch wenn alles düster und hoffnungslos scheint, kommen Sie zu uns. Gemeinsam können wir die Steine einen nach dem anderen aus Ihrem ganz persönlichen Lebensweg räumen. Wir möchten, dass Sie mit einem Lächeln wieder gehen. Wir möchten, dass Sie mit einem Lächeln wieder gehen. Wir möchten, dass Sie mit einem Lächeln wieder gehen.